Pioneering Spirit ist für mich nicht aufzugeben, wo andere Firmen schon langs aufgegeben haben. Da fangen wir an und krempeln die Ärmel hoch und sagen, ja dann probieren wir es mal. Wie können wir uns da hervorheben? Wie können wir den Markt am besten bedienen? Wenn ein Kunde durch unseren innovativen Ruf zu uns kommt mit der Hoffnung, dass er seine passende Maschine bekommt, dann muss es am Ende auch passen.